Der Fasching ist am Höhepunkt, überall wird gefeiert. In Himberg mit einem tollen Faschingsumzug, mit vielen Ideen und viel Spaß, mit vielen Aktiven und vielen Gästen. Am Fasching-Samstag ist hier was los. Fantasievolle Kostüme und elf spektakulär geschmückte Wagen. Nicht nur die Kleinen amüsieren sich prächtig, auch die Großen haben heute viel zu lachen. Es wird gescherzt, geflirtet, genossen und viel fotografiert. Sie haben ein sehr aufwendiges Kostüm. Was stellt denn das dar? Eine Rokoko-Dame. Wir unterstützen unseren Falco bei Amadeus. Amadeus, 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 Amadeus. Hallo. Erste Hilfe ist immer dabei. Sicher, immer. Noch schnell ein bisschen nachschminken. Ja, genau. Und dann Apres-Ski. Apres-Ski ist unser Motto. Die Narben von Himberg sind wieder los. In Himberg ist es eigentlich ein Riesen-Event. Es ist, ich sage jetzt einmal, in der Region einer der größten Umzüge. Wobei es ist nicht nur ein Umzug, es ist direkt ein Faschings-Event, das dann am Hauptplatz ab 14.30 Uhr bis 22 Uhr stattfindet. Mit Musik, mit allem, was es gibt, mit Tombola. Also wir sind seit 20 Jahren aktiv mitwirkend. Und als Obmann des Himberger Fasching-Komitees kann ich nur sagen, eine ganz tolle Geschichte und der Wetterkopf meint es wieder absolut gut mit uns heute. Verkleidung war voll im Trend. Jeder Wagen hatte sein eigenes Motto. Die meisten haben sehr lange an ihren kunstvollen Masken getüftelt und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es gab viele Hingucker und viel Applaus. Sie gehen als Stecker. Warum geht es hier als Stecker? Weil wir geladen sind. Ganz einfach. Wir sind geladen. Und ein bisschen sind wir in Strom gekommen, darum schauen wir es aus. Ich bin eine Elfer. Eine Waldfee oder Elfer. Pirat. Bei Ihnen? Ich bin der Hutmacher von Alice im Wunderland. Sie haben einen Hasen, warum? Weil er zu Alice im Wunderland dazugehört. Das ist der Bär, der Frosch, das Eichhörnchen, der Jäger, der Förster. Man hört immer, der Frosch muss geküsst werden, damit er erlöst wird. Das ist richtig, aber ich bin ja ein Froschin, da muss ja mal der richtige Prinz kommen. Wir pokern für Europa. Und? Dame auch? Natürlich, alle. Herzdame. Herzdame, ja. Ich bin der Trostpreis. Wir sind die Himberger Freiheitsstatuen und repräsentieren die Freiheit. Bürgermeister Erich Klein bewertete die Faschingsnaren von Himberg. Vor seinem Haus gab es Speis und Trank. Eine nette Idee, die Schule machen sollte. Bürgernähe im wahrsten Sinne des Wortes. Das Besondere ist, dass so viele Wegen daran teilnehmen, dass alle mit Begeisterung dabei sind. Dass das schon eine Tradition ist, alle Jahre. Und natürlich mich freut es auch ganz besonders, dass sie immer wieder bei mir einkehren. Dass ich eine Labelstelle einrichten kann, wo wir uns ganz kurz stärken können, bevor es dann wieder weitergeht. Also die Einkehr bei Ihnen ist offensichtlich schon ein Highlight. Ja, das ist schon Tradition. Ja, irgendwann hat es angefangen und jetzt ist es halt alle Jahre so. Und es freut mich, wenn ich da mit allen ein bisschen anstecken kann und ein bisschen plaudern kann. Leider sind es, oder Gott sei Dank, sind es so viele, dass ich mit allen gar nicht zu reden bekomme. Aber im Laufe des Tages wird es sich noch ausgehen. Wer hat denn mehr Spaß? Der Papa oder das Kind? Also mit Garantie des Kindes. Ja, weil das Kind darf heute oben sitzen und der Papa muss oben unten tragen. Ein Faschingsamstag, der nicht so schnell vergessen wird.